Hey Leute, ist Gute Nacht Pun Pun ein Geniestreich, ja oder nein? Ihr wisst, ich bin mein Leben lang auf der Suche nach den besten Kunstwerken überhaupt, egal ob es sich dabei um Gemälde, Bücher oder eben Mangas handelt. Und ich hatte große Hoffnungen in Gute Nacht Pun Pun, weil viele es als den Gipfel des Manga-Olymps ansehen. Und ich werde euch zeigen, was ich daran liebe und was mir nicht so gut daran gefiel. In Pun Pun geht es um einen Jungen, der versucht mit sich selbst zurecht zu kommen. Wir begleiten ihn von klein auf und sehen, dass die Voraussetzungen für ein gesundes Erwachsenwerden denkbar schlecht sind. Ein aggressiver Vater, eine verhurte Mutter, ein pädophiler Onkel und eine unerfüllte Liebe. Aber alles der Reihe nach. Lasst uns über die Zeichnungen und die Aufmachung sprechen. Der Verlag hat ausgezeichnete Arbeit geleistet und die Cover-Designs so grandios gestaltet, dass sie einem besonderen Werk wie Pun Pun würdig sind. Es wird komplett auf Schnickschnack verzichtet. Wir sehen minimalistisches Design mit hochwertiger Prägung, die individuell auf jeden Band angepasst ist. Zu den Zeichnungen an sich muss festgehalten werden, dass der Schöpfer Inyo Asano einer jener ganz besonderen Mangaka ist, die sowohl herausragende Geschichten schreiben als auch solche zeichnen können. Seine Zeichnungen bieten große und vielfältige visuelle Unterhaltung und eine Mischung aus Tradition und Moderne. Darüber hinaus gelingen seinen Zeichnungen etwas, was nur die besten Mangaka auf die Reihe bekommen. Sie nehmen uns mit in eine ganz eigene Welt, die vertraut scheint und doch nach ganz anderen Gesetzen funktioniert als unsere. Seine Figuren haben optische Merkmale, durch die man sie unter 100 anderen Manga-Figuren wiedererkennt. Sie sind mit einem wunderbaren Wechselspiel zwischen kräftigen und feinen Linien gezeichnet, haben rosige Wangen, lange Hälse und melancholische, traumverlorene Augen. Und sie passen perfekt in diese detailreiche, realistische, gigantische Großstadtwelt. Die Großstadt in Gute Nacht Pun Pun lebt und verschlingt die Figuren, lässt sie nicht ausbrechen und sie wirken verloren in ihr, wie ein Satellit im Weltall. Wir sehen oft große Panels mit Hochhäusern und Menschenmengen und wir müssen die Hauptfiguren regelrecht darin suchen. Das betont ihr Verlorensein, ihr Gefühl der Entfremdung. Oder, wie ich Seiki, Pun Puns Kindheitsfreund, das Treffen formulierte, obwohl dieser Ort voller Menschen ist, habe ich nicht das Gefühl, auch nur einen einzigen echten Menschen vor mir zu haben. Der Grund für den Realismus der Hintergründe ist die Tatsache, dass es sich dabei um digitalisierte Fotos handelt. Asano sagte mal in einem Interview, dass der zunehmende Gebrauch von digitaler Kunst seine traditionelle Zeichentechnik negativ beeinflusst hat. Dennoch helfen seine Hintergründe dem Leser, sich hineinzuversetzen in diese albtraumhafte Großstadtromantik. Und sie betonen eine der größten Stärken des Autors, Atmosphäre zu erzeugen. Die Atmosphäre wird nochmals verstärkt durch die auffällig häufigen Graustufen, mit denen er schattiert. Das Grau verleiht den Figuren nicht nur Dreidimensionalität, sondern es verstärkt die depressive Atmosphäre. Eine weitere Stärke ist, dass seine Panels nicht nur einen angenehmen Lesefluss bieten, sondern oft so angeordnet sind, dass man sich unwillkürlich fragt, was auf der nächsten Seite lauert. In die Kategorie des Panelings fällt eine weitere besondere Technik. Asano lässt hin und wieder Panels einfließen, deren Inhalt scheinbar random Bilder sind, die aber doch eine wichtige Bedeutung assoziieren und nur den geneigten Lese ansprechen. Wir bekommen darüber hinaus Panels ohne Text, wo der Autor das einzig Richtige tut und die Bilder sprechen lässt. Ebenfalls eine Stärke, er wählt immer die richtige Perspektive. Und, ganz wichtig, er wählt vor allem interessante, intime Perspektiven, die die dargestellten Szenen noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten. Manchmal sehen wir nur den Schwung der Haare in einem Panel. Dann sehen wir Zeitlupen-Effekte, die ganz bestimmte Momente einfangen, die in vielen anderen Mangas einfach untergegangen wären. Auch das zeigt eine realistische Herangehensweise. Und jetzt kommt das Geniale. Er kontrakariert diesen Realismus mit einem surrealen und kafkaesken Element. Nämlich der Hauptfigur Punpun. Wir sehen Punpun als eine Art Strichmännchen, eine Karikatur, eine Kinderzeichnung von einem kleinen Vogel. Und nochmals zur Erinnerung. All das in einer hyperrealistischen Welt. Allein die Kombination dieser beiden visuellen Charakteristika grenzt Gute Nacht Punpun nicht nur von unzähligen Manga, sondern generell unzähligen Werken ab. Und das Faszinierende ist, dass es nicht nur beim Visuellen bleibt, sondern dass es einen sehr viel tieferen Grund dafür gibt. Punpun sieht sich nämlich selbst als einen kleinen Vogel, der in seiner Umwelt fremdartig wirkt und sich je nach Gefühlslage optisch verändert. Mit dieser Prämisse gehen Zeichnungen und Story eine untrennbare Fusion ein. Und auch hier wird Asanos Genie deutlich. Denn er erzählt eine Geschichte, wie es ihn nur in einem Manga geben kann und nutzt damit die wahren Vorteile des Mediums Manga. Das führt uns direkt zum nächsten Punkt. Das Setting und das Writing. Punpun lebt inmitten grotesker und herzloser Witzfiguren und Schreckgestalten. Und er verfügt dennoch über ein gewisses Maß an menschlicher Empfindungsfähigkeit. Er lebt in einer verrückten Welt und trotz seiner Menschlichkeit ist er einer der wenigen, die tatsächlich verrückt aussehen. Genau wie die Hauptfigur aus Kafkas Verwandlung, die ein Käfer ist und doch menschlicher ist als die Menschen in seiner Umgebung. Ich habe mir so viele Analysen zu Gute Nacht Punpun angeschaut, aber nirgendwo wurde diese offensichtliche Parallele zu Kafkas revolutionärem Werk aufgezeigt. Für meine geduldigen Zuschauer, die Verwandlung ist ungefähr 1000 Mal besser geschrieben. Dennoch glänzt auch Asano durch wunderbare Erzähltechniken. Zum Beispiel hat er das Talent, humorvolle Momente ganz plötzlich in todernste Momente umzuwandeln. Ein Beispiel dafür ist, als Punpun und seine Freunde einen Schmuddelfilm schauen wollten und aus dem Nichts folgt auf die nackte Haut der Monolog eines Mörders. Umgekehrt zieht er auch todernste Situationen ins Lächerliche. Beispielsweise folgt dem Mord an Aikos Mutter eine Lieferung des Postboten, die einen Dildo beinhaltet. Solche abrupten Wendepunkte in der Tonalität sind wunderschöne erzählerische Mittel. Sie überraschen den Leser, zeigen die Szenen aus einem anderen Blickwinkel und sie bringen die Geschichte gleichzeitig voran. Asano jongliert förmlich mit solchen Momenten und schafft es den Leser zu unterhalten, obwohl dramatische Höhepunkte in einem Slice-of-Life-Manga eher eine Seltenheit sind. Es ist eine Achterbahnfahrt, ähnlich übrigens wie bei Nikolai Gogol, dem großen ukrainischen Schriftsteller, bei dem man ebenfalls nie wusste, ob man lachen oder weinen sollte. Noch eine wichtige Sache zur Erzählweise. Man sieht Pung Pung nie in Sprechblasen sprechen, wie es alle anderen Figuren tun. Stattdessen sieht man, wenn Pung Pung sich zu Wort meldet, schwarze Panels mit Text. Das Interessante hierbei ist, dass auch der Erzähler der Geschichte diese schwarzen Panels benutzt. Es scheint beinahe, als seien Pung Pung und der Erzähler ein und dieselbe Person. Und das führt uns zum Charakter-Writing und zur Symbolik. Wir fragen uns, wer ist Pung Pung und warum sieht er aus, wie er aussieht? Der Unterschied zu Kafkas Protagonist aus die Verwandlung ist, dass Pung Pung nur selbst glaubt, so auszusehen, wie er aussieht, während er für alle anderen Menschen einfach menschlich aussieht. Sein Glaube schreibt sein Schicksal vor. Er glaubt, er ist verflucht und darum ist er es auch. Aber es ist mehr als nur sein Glaube, der ihn verdammte. Auch sein Elternhaus bietet alles andere als einen grünen Weg für sein Heranwachsen. Sein Vater ist gewalttätig und schlägt die Ehefrau. Seine Mutter ist egoistisch, denkt nur an ihren Spaß und verbietet es, dem kleinen Pung Pung heimzukommen, weil sie mit einem fremden Mann allein in der Wohnung bleiben und vögeln möchte. Und sein Onkel ist ein arbeitsloser Nichtsnutz, der sich um seine Wäsche kümmert, statt sich zu fragen, warum Pung Pung nicht nach Hause kommt. Asanos wendungsreiche Erzählweise setzt sich auch beim Charakter-Writing fort und lässt nicht zu, dass wir Pung Pungs Familie in schlichtem Schwarz-Weiß sehen. Beispielsweise erfahren wir, dass der Vater nicht einfach grundlos gewalttätig wurde, sondern nur seinen Sohn beschützen wollte, den die Mutter mit einem Messer anzugreifen beabsichtigte. Wir erfahren, dass die herzlose und egoistische Mutter nicht ganz so herztes und egoistisch ist, denn sie verkaufte ihr Haus, um die Schulden ihres Bruders zu bezahlen oder sie schrieb Pung Pung jahrelang Briefe im Namen des Vaters, weil sie selbst ihre Gefühle nicht ausdrücken konnte. Wir sehen, die Figuren sind mehrdimensional und sie verändern sich mehr oder weniger auf subtile Art und Weise. Manchmal deutet selbst eine neue Haarfarbe, ein neuer Haarschnitt oder eine Kuh auf dem T-Shirt auf eine charakterliche Veränderung hin. Um diese Charaktere und ihre Motive zu entschlüsseln, um zu verstehen, auf welche magische Art sie alle verbunden sind, müssen wir zum Anfang der Geschichte zurückkehren. Gute Nacht, Pung Pung beginnt mit der Hauptfigur in der Grundschule. Pung Pung verliebt sich auf den ersten Blick in ein Mädchen, das er dabei beobachtet, wie es einem jungen Dreck in den Mund stopft. Pung Pung scheint von Anfang an einen Bezug zur Gewalt zu haben. Es wird mehrmals in der Geschichte angedeutet, dass er zum Mörder werden könnte, zum Beispiel von seinem Onkel. Jedenfalls muss dieses Mädchen leider umziehen und er verliebt sich erneut recht schnell auf den ersten Blick, diesmal in Aiko. Und wir begleiten unsere beiden Hauptfiguren durch ihr ganzes Leben, lernen sie kennen und sehen, wie ihre Schicksalsfäden sich ineinander verweben. Hier müssen wir hervorheben, dass es eine große schriftstellerische Herausforderung ist, Figuren glaubhaft mit der Zeit wachsen zu lassen. Aus diesem Grund bleiben Shonen-Helden oft in einem und demselben Alter. Asano hat diese Herausforderung befriedigend gemeistert. Ich finde den Start der Beziehung der beiden Hauptfiguren rührend und doch kitschig. Pung Pungs Liebe auf den ersten Blick verstehe ich voll und ganz. Es passiert Männern oft, dass sie ein zufälliges Mädchen sehen und sich direkt verlieben. Wie oft haben wir uns verliebt in die Kassiererin oder dem Mädchen am Flughafen? Was ich weniger glaubhaft finde, ist die Zuneigung von Aiko. Nicht in der Grundschule, sondern im Teenager-Alter. Pung Pung weist alles andere als attraktives Verhalten oder Aussehen auf. Eine schöne Frau wie Aiko hat keinen Grund, sich zu ihm hingezogen zu fühlen. Übrigens gilt das auch für Midori, die Frau seines Onkels, die mit Pung Pung schläft, obwohl sie absolut keinen Anlass dazu hat, mit einem 15-Jährigen zu schlafen. Die Anziehungskraft junger Leute hat der Autor sehr viel authentischer in seinem anderen Meisterwerk, Girl on a Shore, beschrieben. Unglaubwürdig ist auch die Tatsache, dass Aiko bis zu ihrem 20. Lebensjahr jungfräulich ist, obwohl sie in ihrer Jugend unbesonnen den noch fremden Pung Pung geküsst hat. So wie die Geschichte voranschreitet, verlieren die beiden sich aus den Augen, was auch daran liegt, dass Pung Pung ein Versprechen gemacht hat, das er nicht einhalten konnte. Er hatte versprochen, mit Aiko nach Kagoshima zu fahren. Natürlich fehlte es ihm dazu an Geld, welches er außerdem gerne genutzt hätte, um sich ein Haus auf dem Pung Pung Stern zu kaufen, eine von vielen Dragon Ball Referenzen. Aiko bleibt nicht lange allein und vertreibt sich die Zeit derweil mit einem Badminton Spieler, Yaguchi. Was mir hierbei nicht gefiel, ist, dass Pung Pung und der Badminton Spieler einen ungewöhnlichen und unnatürlichen Deal eingingen. Wenn Yaguchi die Badminton Meisterschaft gewinnen sollte, gehört Aiko ihm. Verliert er, darf Pung Pung mit ihr zusammen sein. Zunächst einmal fand ich das Angebot von Yaguchi eigenartig. Warum soll man einem Mitschüler so etwas Ungewöhnliches unterbreiten und um die eigene Freundin wetten? Und was zum Teufel hat der Ausgang eines Badminton Spiels überhaupt mit Liebe zu tun? Und noch komischer war die Tatsache, dass Pung Pung trotz der Niederlage von Yaguchi ablehnte, mit Aiko zusammen zu sein. Angeblich, weil er sich vor ihr fürchtete. Ich sag euch eins, wenn ein notgeiler Teenager die kleinste Möglichkeit hat, seine Wurst in den Ofen zu stecken, dann macht er das auch, egal wie viel Angst er hat. In dieser Hinsicht fand ich einen Denji sehr viel realistischer. Man könnte Pung Pungs Entscheidungen höchstens damit rechtfertigen, dass er sich noch immer nicht sein gebrochenes Versprechen verzeihen konnte. Dass sein gebrochenes Wort seinen Stolz verletzt und ihm die Annäherung an die Geliebte verbietet. Wir merken also, Pung Pung hat ein großes Ego. Sein gebrochenes Versprechen belastet ihn ein Leben lang und er gibt Aiko die Schuld dafür, dass sein Selbstbewusstsein zertrümmert ist und er ein Waschlappen geworden ist. Pung Pung lebt als Gefangener seiner Vergangenheit oder vielmehr seiner Moralvorstellungen. Das sind große Worte, mit denen Pung Pung seine kleinen Triebe schmückt. Die Wahrheit ist, Pung Pung möchte einfach Sex haben, hat aber wegen seiner Depression nicht die leiseste Ahnung, wie er sich dem anderen Geschlecht nähern kann. Hinzu kommt, dass er rührenderweise andere Menschen nicht verletzen möchte. Und wenn man dauernd Angst hat, etwas falsch zu machen, ist die Annäherung an andere erst recht unmöglich. Und so steckt unser Held in einer schwarzen Abwärtsspirale. Pung Pung stürzt sich in die Einsamkeit, masturbiert viel und hat unaussprechliche Schuldgefühle Aiko gegenüber. Aiko symbolisiert seine Vergangenheit. Und als sei all das nicht genug, zerbricht zur selben Zeit seine Familie. Konnte in so einer Situation eine Frau wirklich die Antwort auf all seine Probleme sein? Ja und nein. Eine Frau würde seine Probleme nicht lösen, aber ein intimer Kontakt würde helfen, sich selbst besser kennenzulernen und ihn auf die richtige Spur bringen. An dieser Stelle wollen wir die Beziehung zu Aiko weiter beleuchten, denn sie ist schicksalsbestimmend für den jungen Punpun. Aikos Glaube, dass die Welt bald untergehen wird, gibt Punpun den ersten Impuls, Weltraumforscher werden zu wollen, damit die Menschen ins All auswandern können. Das Symbol des Weltraums, der Sterne, der Milchstraße und generell astronomische Symbole sind absolut entscheidend, um Gute Nacht Punpun zu verstehen. Was aber ist der eigentliche Zweck solcher Symbole? Ganz einfach. Der Künstler möchte den Lesern damit einen Schlüssel zum Verständnis seiner Arbeit in die Hand drücken. Und er tut dies bereits im ersten Kapitel des Manga, als Punpuns Vater ihm ein Teleskop schenkt. Sein Vater ist es auch, der ihm dabei die Sternenbilder erklärt und vor allem die Sternenkonstellation des Sommerdreiecks hervorhebt, das aus den Sternen Vega, Darnep und Altair besteht. Diese Sterne sind eine Anspielung auf das alte japanische Märchen von Orihime und Hikoboshi, auch bekannt als das Märchen vom Kuhhirten und der Weberin. Jedes Jahr am 7. Juli wird dieses Märchen mit dem Tanabata-Festival gefeiert. Es bezieht sich auf die uralte Legende von zwei voneinander getrennten Liebenden, die sich nur einmal im Jahr treffen dürfen. Nach der Tanabata-Legende wurde die fleißige Himmelsweberin Orihime von ihrem Vater, dem Himmelskaiser, mit dem Hirten Hikoboshi verheiratet. Die beiden waren jedoch so sehr ineinander verliebt, dass sie darüber ihre Arbeit vergaßen. Erbost verbannte der Himmelskaiser Orihime und Hikoboshi auf die jeweils andere Seite des Himmelsflusses in der Gestalt der Milchstraße. Zur Erinnerung, Aiko hatte einen ähnlichen Traum. Sie wartete auf der einen Seite des Flusses auf jemanden. Zurück zu Orihime und Hikoboshi. Weil die beiden so unglücklich wegen der Trennung wurden, dass sie ihre Aufgaben weiterhin vernachlässigten, gestattete der Himmelskaiser ihnen, sich einmal im Jahr zu treffen. In der siebten Nacht des siebten Neumondes. Am Himmel werden Orihime und Hikoboshi verkörpert durch die Sterne Vega und Altair, die genau zu dieser Zeit des Jahres einander am nächsten sind. Deswegen wird Tanabata auch Sternenfest genannt. Der dritte Stern des Sommerdreiecks ist Darnep und ebenfalls ein Schlüssel zum Verständnis der Story. Denn Darnep macht in Form von Sachi, einer jungen Manga-Zeichnerin, aus dem Sommerdreieck eine Dreiecksbeziehung. Asano selbst sagt dazu, er habe von Anfang an beabsichtigt, ein Liebesdreieck zwischen Punpun, Aiko und Sachi zu entwickeln. Doch bevor wir genauer auf Sachi eingehen, müssen wir die Besprechung von Aikos Leitgedanken zu Ende führen. Viele Leser würden nicht lange zögern und sagen, Aiko ist die Hauptfigur von Gute Nacht Punpun, einfach weil sie in den Faden der Handlung spinnt. Es ist kein Zufall, dass Asano sie mit Vega, dem hellsten Stern des Sommerdreiecks, vergleicht. Doch gerade ihre Mutter erlaubt es ihr nicht zu strahlen, zu leuchten, sich zu entfalten, ein Model zu werden, wie sie es seit ihrer Jugend vorhatte. Stattdessen wird sie dazu gezwungen zu arbeiten. Ironischerweise in einer Textilfabrik. Offensichtlich ein Bezug auf Orihime, die Weberin. Die Beziehung zwischen Aiko und ihrer Mutter ähnelt der Beziehung zwischen Punpun und Aiko, nur eben mit vertauschten Rollen. Aiko ist diejenige, die Punpuns Selbstwertgefühl zerstört. Das glaubt Punpun zumindest. Er drückt gegen Ende des Mangas sein Gefühl aus mit dem ergreifenden Satz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so stark bin. Danke, Aiko. Dass du mir Verzweiflung gegeben hast. Als die beiden sich in ihrem 20. Lebensjahr zufällig in der Fahrstuhle wiedersehen, fällt es Punpun schwer zu glauben, wie Aiko zu einem dummen Mädchen herangereift ist. Das ist ein Coping-Mechanismus von jungen Männern, die nicht bei der Frau ihrer Träume landen können. Aiko erscheint ihm zwar furchtbar kindisch, aber Punpun selbst hatte sich auch nicht verändert. Und trotz seiner geringen Wertschätzung für Aiko, will er sie aus ihrem elenden Leben in Zwangsarbeit retten. Aber warum? Er tut es nicht aus Liebe, sondern ausschließlich für sich selbst, sein Ego, um sein Selbstwertgefühl wiederzuerlangen. Er will das Versprechen, das er Aiko in der Grundschule gegeben hat, um jeden Preis erfüllen, um den Fehler wieder gut zu machen, der ihn quält und sein ganzes Dasein beeinflusst. Punpun ist das perfekte Paradox zwischen Selbstlosigkeit und Egoismus. Doch der Mord an Aikos Mutter ist ein tiefer und unauslöschlicher Einschnitt und die Beziehung der beiden verschlechtert sich ganz plötzlich. Sie hegen gegenseitiges Misstrauen und entwickeln Paranoia. Punpun wurde zu einem Mörder und er sieht Aiko als die Ursache dafür. Sein neu entfachter Zorn spiegelt sich in seinem Aussehen wieder. Es sprießen zwei Hörner aus seinem Kopf. Viele Leser denken fälschlicherweise, dass Punpun sich in einen Dämon verwandelt hat. Aber, wie Asano auch bestätigt, sind Punpuns Hörner die eines Bullen. Er wird zu Hikoboshi, dem Kuhhirten, aus dem Märchen und gleichzeitig unberechenbar. In einem Moment umarmte Aiko und schon im nächsten Moment schlägt er Aiko ins Gesicht, was dazu führt, dass sie einen Schneidezahn verliert. Als Punpun ihr in der Grundschule versprach, sie nach Kagoshima mitzunehmen, fehlte Aiko an genau derselben Stelle ein Zahn. Punpun scheint in die Vergangenheit zurückzureisen und sie wiederholen zu wollen. Genau wie Jay Gatsby. Ohne es zu wollen, ist Punpun seinem Vater ähnlicher, als er wahrhaben möchte. Wie sein Vater schlägt auch Punpun seine Frau. Punpun merkt nicht, dass er bereits fest in den Fängen des Schicksals steckt und sich auf vorbestimmten Gleisen bewegt. Sein Trauma und seine Vergangenheit prägen ihn ein Leben lang. Wenn Aiko Punpuns Vergangenheit repräsentiert, dann stellt Sachi seine Zukunft dar. Sachi steht wie der Himmelsfluss zwischen Punpun und Aiko und versucht durch ihre Manga-Kunst Aiko aus Punpuns Gedanken zu vertreiben. Es überrascht uns nicht, dass die romantische Beziehung zwischen Sachi und Punpun überhaupt erst zustande kommt, dank der Hingabe, mit der sie das Gemälde mit dem Titel Die Milchstraße gemalt hat. Sachis erster Auftritt erfolgt, als Punpun noch in der Grundschule war. Kurz und flüchtig. Punpun nahm sie nicht einmal richtig wahr. Sachi erscheint ein zweites Mal während des ersten Dates zwischen Punpun und Azusa, beide im ersten Jahr der Highschool. Erst mehrere Jahre später, mitten in einer existenziellen Krise, trifft Punpuns Sachi zufällig in einer Bar und von diesem Moment an beginnt die romantische Beziehung, die wir alle kennen. Während das Treffen auf Aiko Liebe auf den ersten Blick war, war die Begegnung mit Sachi Liebe auf den dritten Blick. Genauso war ihr Gemälde die Milchstraße in drei Teile unterteilt. Sachi fühlte sich zu Punpun hingezogen, weil er ihr eine berührende Notiz zu ihrem Gemälde hinterließ. Trotzdem finde ich, dass die Anziehungskraft zwischen den beiden zu groß war angesichts seines depressiven Lebensstils. Keine Frau findet einen in sich gekehrten Typen auf Dauer attraktiv genug, um mit ihm zusammen zu sein. Auch darüber lässt sich diskutieren, denn schließlich hebt Sachi immer wieder hervor, wie feige Punpun ist und wie viel Selbstmitleid er hat. Sie sagte mal, alles was du tust, ist deine eigenen Wunden abzulecken. Normalerweise sollte niemand nur daran denken, jemandem wie dir zu helfen. Ihre Worte helfen ihnen, aus seiner zu dieser Zeit angenommenen Pyramidengestalt, seinem Pharaonengrab, das sein eigener Geist gebaut hat. Und tatsächlich fühlt sich Punpun wie ein Begrabener und seine Depression wird in aller Ausführlichkeit teils monoton und sehr subjektiv geschildert. Aber Gute Nacht Punpun lebt von dieser wunderbaren Subjektivität. Wer sich fragt, ob die Probleme von Jugendlichen und der Gesellschaft objektiv und allgemeingültig adressiert werden, hat den Punkt von Gute Nacht Punpun nicht verstanden. Mit der soziologischen oder politischen Genauigkeit von Literatur müssen sich vor allem jene befassen, die aufgrund ihrer Natur oder Erziehung unempfänglich für die Schönheit und Lebendigkeit von Büchern sind. Dennoch finde ich, dass im Rahmen von Punpuns Depression viel zu oft sein Selbstmord angedroht wird, um künstlich Spannung zu erzeugen. Was hingegen echte Spannung erzeugt, ist, dass wir Punpuns Gesicht niemals sehen. Das steigert die Neugier und die Erwartung des Lesers. Wir hoffen darauf, irgendwann Punpuns wahres Gesicht zu sehen. Aber faszinierenderweise sehen wir sein Gesicht am ehesten, als er mit Sachi zusammen war und diese ihn zeichnete. Man könnte meinen, sie sieht ihn mit ungetrübten Augen. Sie sieht den wahren Punpun und die beste Version seines Ichs. Allerdings hat Sachi ihre eigene Kindheit nie richtig verarbeitet. Sie ist nicht im Reim mit ihrer Vergangenheit und folglich versteht sie trotz großer Bemühungen nicht, wie sie Punpun aus seiner Verzweiflung befreien kann. Sie hatte die Geduld eines Engels, aber auch diese endet irgendwann und die Ursache für Punpuns Schmerz bleibt ein Geheimnis für sie. Und genau das ist der Grund, warum Punpun sich dazu entscheidet, mit Aiko wegzulaufen, anstatt bei Sachi zu bleiben. Nun haben wir die drei wichtigsten Charaktere beschlossen. Es wird Zeit, eine letzte Figur unter die Lupe zu nehmen, auf die wir nicht verzichten können, um die Geheimnisse von Gute Nacht Punpun zu entschlüsseln. Die Rede ist natürlich von Pegasus. Und um ihn zu begreifen, müssen wir zunächst das Leitmotiv untersuchen, das er verkörpert, nämlich der Glaube. Der Glaube wird in Gute Nacht Punpun nicht als allumfassende Religion dargestellt, wie zum Beispiel das Christentum hier in Europa, sondern als ganz individuelle Angelegenheit in den Herzen der Menschen. Und Gott nimmt für jeden Einzelnen eine andere Gestalt und einen anderen Charakter an. Für Shimizu ist es der Kackegott, der sein Glauben an sich selbst multipliziert und ihn davon überzeugt, alle schaffen zu können, was er möchte. Selbst ein Kamehameha. Für Punpun ist es der Mann mit dem Afro. Punpun lernt als Kind, Gott anzurufen, wenn er traurig ist. Dank der Zauberformel, die ihm ironischerweise sein atheistischer Onkel beigebracht hat. Lieber Gott, lieber Gott, schnicki die schnack. Aber anders als Shimizus Kackegott nimmt der Mann mit dem Afro Punpun den Mut, treibt seine Selbstzweifel und Schuldgefühle in die Höhe und erniedrigt ihn, sodass Punpun sich wie das abscheulichste Wesen der Welt fühlt. Der Glaube an den persönlichen Gott bestimmt das Schicksal. Ich muss hier an die Worte von Gott-Enel aus One Piece denken. Der Mensch fürchtet sich nicht vor Gott. Die Furcht ist des Menschen Gott. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist Onkel Yuichi. Obwohl er Punpun die Beschwörungsformel für den Gott beibrachte, hat er als Festung der Vernunft selbst nicht viel mit Religion am Hut und nimmt gläubige Menschen oder Sektenangehörige wie Aikos Mutter nicht ernst und hält sie für Narren. Doch als Yuichi beschließt, sein eigenes Leben auf den Bahngleisen zu beenden, erkennt er, dass sein Gott sein Schuldgefühl ist. Das Motiv Gottes wurde fließend und geschmeidig eingeführt wie alle anderen Motive. Die Astronomie, der Egoismus, die Freiheit, das Trauma. Es ist im Übrigen bewundernswert, wie groß die Kontrolle von Asano über jedes Motiv und jede Figur ist. Jedenfalls wurde das Gottesmotiv eingeleitet mit Aikos Mutter, die göttliches Wasser verkaufen wollte. Wieder eine Dragon Ball Referenz. Den Höhepunkt und die Auflösung dieses Motivs bildet Pegasus. Interessant ist, dass er wie das göttliche Wasser in Dragon Ball andeutet, gleichzeitig auch ein Shonen-Element in die Geschichte einführt. Pegasus spricht oft davon, dass er die Welt retten will, mithilfe seiner Gruppe von Z-Fightern. Erneut eine Dragon Ball Referenz. Und die Art, wie seine Z-Fighter dargestellt werden, ist wiederum eine Da Vinci Referenz. Ihre Formation erinnert an das letzte Abendmahl. Judas, den Verräter, erkennt man übrigens an dem Sack in seiner Hand. In diesem Fall wäre Varda der Verräter. Und genau dieser Verrat wird in Gute-Nacht-Pumpum auch realisiert. Jedenfalls sind Pegasus und seine Truppe bereit, das absolute Böse zu bekämpfen. Mit anderen Worten, es soll sich die Grundhandlung eines beliebigen Shonen-Manga vollziehen. Asano selbst sagt dazu, das Pegasus-Orchester ist eigentlich eine Hommage an Shonen-Manga. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand beim Lesen des Mangas das überhaupt verstanden hat. Aber Pegasus stellte eine Gruppe zusammen, die tatsächlich gegen das Böse kämpfte. Wenn es Pegasus und seine Crew nicht gegeben hätte, dann wäre ein Meteorit oder etwas ähnliches auf die Erde eingeschlagen, genau wie Pumpun und Aiko es wollten. Die Pegasus-Crew rettete die Erde unter Einsatz ihres Lebens, aber niemand weiß es. Das war das Konzept, sagte Asano. Die geduldigen Leser werden bemerkt haben, dass im Inhaltsverzeichnis des 12. Manga der Teil, der die Charaktere zeigt, umstrukturiert worden ist. Statt normale Figuren sehen wir dieselben als Shonen-Figuren. Mit der Verrücktheit des Pegasus-Kreuzzugs soll Asanos Kritik an das Shonen-Genre dargelegt werden. Kurz gesagt, er macht sich über das Schwarz-Weiß-Denken von Shonen-Manga lustig. Asano sagt, ich wollte Pegasus als Sprachrohr für die Dinge benutzen, die ich Pumpun nicht sagen lassen konnte, weil Pumpun bereits als Charakter ausdefiniert war. Und genau das ist das Einzige, was mir an Pegasus nicht gefällt. Er ist einfach ein Symbol und nicht ein Charakter. Es gibt eine Szene im 9. Band, in der Sachi sich mit ihrer Geschichte bei einem Manga-Magazin bewirbt. Der Redakteur kritisiert, dass Sachi zu sehr auf Atmosphäre und zu wenig auf Handlung setzt. Ich finde es immer wieder naiv, wenn Leser krampfhaft Parallelen zwischen dem Werk und dem Autoren suchen. Man muss ein Werk alleinstehend beurteilen können. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur ganz vorsichtig eine Vermutung äußern. Ich kann mir vorstellen, dass Asano selbst eine ähnliche Kritik von seinem Redakteur bekommen hat wie Sachi. In einem Interview sagte Asano mal, dass die Leser und damit die Verkäufe mit jedem traurigen Reveal in der Story weniger und weniger wurden. Und in ca. der Hälfte des Werkes erreichte Pumpunstraurigkeit den ultimativen Tiefpunkt und man sah ihn viele Kapitel lang nur noch vor sich hingammeln. Viele Leser empfanden das als unnötige Länge im Manga. Auch mir kam es ehrlicherweise so vor, aber ich verstehe diese Länge, denn Depressionen fühlen sich für den Betroffenen unendlich und ausweglos an. Der Künstler wollte dieses Gefühl glaubhaft darstellen. Asano sagte, er sah solche kritischen Leser damals als Feinde an. Und, um die Brücke wieder zurück zu Pegasus zu schlagen und meine Vermutung zu Ende zu bringen, ich glaube, dass er mit Pegasus einen fröhlicheren und abgedrehteren Charakter einführen wollte, nicht nur um die depressive Stimmung aufzuheitern, sondern um die Story, die sehr viel Wert auf Atmosphäre legte, einen handfesten Antagonisten zu geben. Auch deswegen erscheint Pegasus mir eher wie eine Puppe als ein wahrhaftiger Charakter wie Punpun oder Yuichi. Tatsache aber ist, Asano hat ihn meisterhaft eingeführt und mit ihm das Motiv des Glaubens wunderbar zum Abschluss gebracht. Dasselbe gilt auch für alle anderen Motive im Manga, die der Künstler grandios aufgelöst hat. In den letzten Kapiteln überrascht er seine Leser noch einmal, indem er die Erzählperspektive wechselt und aus der Sicht eines ehemaligen Mitschülers von Punpun erzählt, der damals in der Grundschule weggezogen ist. Punpun und sein Freund treffen sich Jahre später, beide Anfang 20 wieder. Sein Freund ist ein Liebling des Schicksals, ein gewöhnlicher Mensch mit gewöhnlichen Problemen, die nur noch deutlicher erkennen lassen, was alles in Punpuns Leben schiefgelaufen ist. Punpun hat in seinem Leben viele optische und innere Veränderungen hinter sich. Aber am Ende des Mangas sehen wir ihn als denselben kleinen Vogel, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Und das trotz seines stillen Kampfes mit sich selbst. Das erinnert mich an den letzten Satz eines Buches, das lange Zeit mein Lieblingsbuch war, The Great Gatsby. Und so regen wir die Ruder und stemmen uns gegen den Strom und treiben doch stetig zurück dem Vergangenen zu.